In diesem Video werde ich dir das Gesetz von Amon-Thor erklären. Und bei diesem Gasgesetz, da geht es jetzt um den Zusammenhang zwischen Druck und Temperatur eines Gases. Das heißt, sagen wir mal, wir hätten hier irgendein Gas und wir erhöhen die Temperatur dieses Gases, wobei wir jetzt das Volumen konstant halten. Die Frage ist jetzt, was wird mit dem Druck passieren? Und zwar, wenn wir die Temperatur erhöhen, wir erhöhen hier die Temperatur, dann wird sich auch der Druck dieses Gases erhöhen. Das kann man sich ganz einfach erklären. Und zwar, wenn sich die Temperatur von diesem Gas erhöht, dann werden sich diese Teilchen viel schneller und viel mehr innerhalb dieses Gases bewegen. Und der Druck von so einem Gas, der entsteht ja dadurch, dass diese Teilchen, dass diese Moleküle, gegen die Wände von diesem Container krachen. Und wenn sich die Teilchen viel mehr bewegen, dann krachen diese Teilchen auch viel öfter und viel härter gegen die Wände des Containers. Das heißt, der Druck steigt. Mathematisch kann man diesen Zusammenhang folgendermaßen schreiben. Und zwar ist der Druck, dividiert durch die Temperatur eines Gases, immer konstant. Wichtig ist nochmal, dass man diese Formel nur verwenden darf, wenn das Volumen des Gases konstant bleibt. Das heißt also, wenn wir, wie in diesem Beispiel, die Temperatur des Gases erhöhen, damit dieser Bruch hier konstant bleibt, damit der gleich bleibt, müssen wir auch den Druck erhöhen. Und wenn wir beispielsweise die Temperatur senken, müssen wir, damit dieser Bruch konstant bleibt, auch den Druck senken. Schauen wir uns dazu mal ein ganz einfaches Rechenbeispiel an. Sagen wir mal, wir haben ein Gas auf einer Temperatur D1 von 250 Kelvin. Und sagen wir, dass dieses Gas einen Druck B1 von 500 Hektopascal hat. Und sagen wir, wir erhitzen dieses Gas D2, wir erhitzen dieses Gas auf einer Temperatur D2 ist gleich 1000 Kelvin. Die Frage ist jetzt, wie wird sich dieser Druck verändern? Wie groß ist jetzt der Druck B2? Dazu verwenden wir natürlich diese Form hier. Das heißt, B dividiert durch D muss immer konstant bleiben. Also B1 durch D1 muss gleich sein wie B2 dividiert durch D2. Und jetzt müssen wir diese Gleichung nur noch auf B2 umstellen. Das wollen wir ja wissen. Das heißt, wir holen dieses D2 auf die linke Seite. Dann steht hier B1 durch D1 mal D2 ist gleich B2. Und wenn wir hier jetzt noch die Größen einsetzen, B1 ist 500 Hektopascal, dividiert durch D1. D1, das sind 250 Kelvin, mal D2, das sind 1000 Kelvin. Jetzt kürze ich hier 250 mit 1000 weg. Dann steht hier noch mal 4. 500 mal 4, das sind 2000. Und die Einheit ist Hektopascal. Wichtig bei solchen Rechnungen ist, dass man immer die Temperatureinheit Kelvin verwendet. Auf keinen Fall Grad Celsius oder sowas verwenden. Und wenn wir hier für den Druck B1 die Einheit Hektopascal hatten, bekommen wir den Druck B2 auch in der Einheit Hektopascal raus. Du siehst außerdem, dass wir die Temperatur vervierfacht haben. Das führt dann auch dazu, dass sich der Druck vervierfacht. Also so kann man das Gasgesetz von Amontons verwenden, um die Drücke oder Temperaturen von Gasen auszurechnen. Falls du dir jetzt noch weitere Videos zu den verschiedenen Gasgesetzen anschauen willst, dann verlinke ich dir die Playlist, wo du diese Videos finden kannst, unten in der Videobeschreibung.